Sony hat vor dem Europäischen Gerichtshof eine Niederlage eingesteckt. Bei dem Rechtsstreit ging es um Cheat Software und die Frage, ob eine Firma den Vertrieb einer solchen Software verbieten und verbinden kann und ob es sich dabei auf das Urheberrecht beziehen darf. Der Rechtsstreit startete schon 2012 und dreht sich um zwei Cheat Tools, die für die Handhalt-Konsole PSP verfügbar sind oder verfügbar waren, weil weder die PSP selbst noch die Cheat Tools sind heute relevant. Aber die Entscheidung ist trotzdem wichtig, weil es die Frage behandelt, wie weit oder wie eng man das Urheberrecht auslegen kann, um als Publisher unliebsame Drittsoftware abzuschießen. Das ist im Übrigen noch mal eine ganz andere Thematik als das, was wir die ganze Zeit zu Nintendo hören, die sehr rabiat gegen Modder und Emulatoren vorgehen. Was ich als Kunde und als Spieler richtig richtig scheiße finde und ich würde mir wünschen, dass Nintendo das nicht machen würde, aber man kann zumindest nachvollziehen, was da argumentiert wird, auch wenn ich damit persönlich nicht übereinstimme. Die Klage und Argumentation von Sony hingegen finde ich persönlich so bescheuert und tatsächlich auch so beschneidend in meinen Rechten als Kunde, dass ich sehr froh bin, dass der Europäische Gerichtshof jetzt so entschieden hat. Umso mehr, weil ein vorheriges deutsches Urteil erst Sony recht gegeben hatte. Ich finde das Thema auf jeden Fall sehr, sehr spannend und habe mir in diesem Zusammenhang mehrere Artikel und Kommentare von richtigen Profis durchgelesen, also von Anwälten für Medienrecht, für IT und so weiter. Ich möchte in diesem Video erst kurz für euch zusammenfassen, die Hintergründe erklären und die Auswirkungen. Bevor wir aber damit richtig durchstarten, noch schnell ein paar Worte zu meinem Kooperationspartner Holy. Wir machen Energydrinks, Hydrationdrinks und Eicetees, sind gerade hier auf der Website unterwegs und würde euch vor allem die Eicetees empfehlen persönlich. Die mag ich am liebsten, die schmecken am natürlichsten. Allgemein sind die Drinks von Holy ja ohne künstlichen Aromastoff und ohne zützlichen Zucker. Und hier zum Beispiel mag ich sehr gern den Zitrone-Schwarzen Tee oder Apfelgrüner Tee oder auch hier die Mette-Minze. Wenn man dann vielleicht sogar noch Sport macht, sind die Hydrationdrinks echt gut. Das ist eine andere Kategorie, sieht man hier. Die sind auch ziemlich lecker. Die Energydrinks haben die richtig abgefahrenen Sorten. Man sieht das hier schon. Imbere, Jusol, Kaktusfeige, Mango, Maracuja, Ananas, Citrus, Kalamansi. Ich weiß nicht mal, was Kalamansi ist. Orange, Zitrone, Kokosnuss und so weiter. Ich habe noch nie viele Energydrinks getrunken. Deswegen ist das auch nicht ganz so mein Favorit. Aber die Sorten sind ganz cool. Der Geschmack ist echt witzig. Aber ihr seht schon, dass es da eine Menge unterschiedliche Sorten gibt. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr Holy noch gar nicht kennt und Neueinsteiger seid, hier direkt auf der Webseite, der Link ist unten in der Beschreibung und auch oben als Anmerkung, euch die Starter-Sets anzugucken. Da gibt es verschiedene, entweder so ein Deluxe-Starter-Set, wo von allem ein bisschen was drin ist oder von einer bestimmten Kategorie. Und wenn ihr dann beim Kauf noch meinen Code benutzt, Martin5, kriegt ihr 5 Euro Rabatt für alle Neukunden. Oder wenn ihr schon Kunde seid, könnt ihr Martin10 benutzen. Damit bekommt ihr 10% auf eure gesamte Bestellung. Aber zurück zu Sony. Was war jetzt der Auslöser dieses Rechtsstreits? Wie gesagt, dauert dieser Konflikt schon über 12 Jahre und dreht sich um zwei Cheat-Tools namens Action Replay PSP und TiltFX. Zwei Programme, die es für die PSP gibt, Sonys alte Handheld-Konsole. Und konkret wurde im Rechtsstreit auch das Rennspiel MotorStorm Arctic Edge genannt. Für dieses Video habe ich dabei auf die Analysen und Blogs von mehreren Profis zurückgegriffen. Und wenn ihr das mal selber nachlesen wollt, findet ihr unten die Links in der Beschreibung. Da findet ihr im Zweifel dann nochmal mehr Details. Die genannten Cheat-Tools haben beim Spielen nun den Arbeitsspeicher der Konsole so verändert, dass man zum Beispiel mehr Turbo benutzen konnte oder begrenzte Fahrer vorzeitig freischalten. Und Sony hatte dann plädiert, dass diese Änderung der Variablen eine unzulässige Umarbeitung ihrer Software sei und damit ihr Urheberrechts verletzt sei. Und damit kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Denn Sony argumentiert nicht, dass das gegen ihre Nutzerbestimmungen verstößt. Vielleicht auch gerade was relevant ist bei Multiplayer-Spielen, bei Online-Rollenspielen und so weiter. Sie werden nicht gezwungen, irgendwelche Cheater oder Cheat-Tools in ihren Games oder Online-Services zuzulassen. Aber dieser konkrete Weg hier, dass sie diese Art von Cheat-Tools verbieten lassen wollen, über das Urheberrecht, das hat halt nicht geklappt. Das ist auch ein bisschen der Unterschied zu Nintendo, wo man viel mehr argumentieren kann, dass vielleicht das Urheberrecht verletzt wird. Da geht es ja um Emulatoren, um Spiele, die nicht mehr auf der Original-Konsole laufen, sondern woanders. Auch da ist es so ein bisschen im Graubereich, weil für die Emulatoren ja eigentlich die Original-Software verwendet wird, also auch benötigt. Man kann sich die im Zweifelsfall natürlich wahrscheinlich im Internet woanders besorgen. Aber erstmal wird die vorausgesetzt und auch diese Software wird nicht verändert. Und die Anbieter von Emulatoren haben ja auch nicht selber diese Urheberrechtsverletzung, wenn sie irgendwo stattgefunden hat, begangen, sondern bieten ja nur eine Plattform, um diese ROMs abzuspielen. Ob die nun illegal oder legal sind, ist eine andere Frage. Selbst da ist das so ein Graubereich. Aber solche großen Firmen wie Nintendo haben natürlich massig Anwälte, richtig viel Geld und Ressourcen. Und deswegen stecken dann viele Kleinentwickler, die hinter diesen Emulatoren oder auch anderen Programmen stecken, erstmal zurück, weil sie sich auf diesen Rechtsstreit nicht einlassen wollen. Umso schöner, dass sich halt die Entwickler in diesem Fall hier gewährt haben, das auch noch erfolgreich jetzt vom Europäischen Gerichtshof. Und umso mehr, als dass ein deutsches Gericht Sony erstmal Recht gegeben hatte. Das Oberlandesgericht Hamburg hatte nämlich 2012 schon, also ziemlich schnell, bestätigt, dass diese Änderungen unter das Urheberrecht fallen und damit illegal sind. Und damit hat das Gericht das Urheberrecht nämlich sehr, sehr eng ausgelegt. Ups, hier habe ich schon den ersten Fehler gemacht. Da seht ihr ein bisschen, wie komplex die Thematik ist, auch gerade für mich als Laien. Das Oberlandesgericht hat das Berufungsverfahren anders ausgelegt. Ursprünglich war das Landgericht Hamburg dafür verantwortlich. Das hat Sony Recht gegeben. Das Oberlandesgericht Hamburg hat dann anders entschieden. Danach hat dann Sony beim Bundesgerichtshof eine Revision eingelegt und das hat dieses Verfahren oder diesen Rechtsstreit erst verhandelt, dann das Verfahren ausgesetzt, um eben den Europäischen Gerichtshof anzurufen an dieser Stelle. Und der hat jetzt am Ende entschieden, dass das eben nicht unter dem Urheberrecht schützenswert ist. Das Ganze basiert auf einer europäischen Richtlinie von 2009, wo es eben um den Rechtsschutz von Computerprogrammen geht. Und da sind Computerprogramme erst mal urheberrechtlich geschützt. Der Objektcode und der Quellcode des Computerprogramms, auch dessen Vervielfältigung. Also das sind Dinge, in die ein Programm nicht einfach so eingreifen darf. Wir können gleich noch ein paar Analogien bringen und darüber diskutieren, weil ich finde das auch ein kleines bisschen zu eng schon. Es geht ja um diesen Unterschied beim Urheberrecht. Für mich auch darum, ob zum Beispiel eben jemand halt den Kopierschutz entfernt, ob jemand das Werk verändert und einfach neu veröffentlicht. Und das sollte natürlich geschützt sein. Aber darunter fallen dann ja auch solche Sachen wie Mods manchmal, die Spieledateien verändern und dann ebenfalls da nach dieser Auslegung, nach dieser europäischen Richtlinie nicht erlaubt sind. Und ich würde mir wünschen, dass den Kunden und Spielern da ein bisschen mehr Freiheiten eingeräumt würden. Aber nach dieser Richtlinie ist das schon manchmal ganz schön knapp. Im konkreten Fall war es aber ja nochmal anders. Da ging es darum, dass diese Cheat Tools nur auf den Arbeitsspeicher zugegriffen haben, wo das Programm halt bestimmte Variablen ablegt. Ja, ganz konkret als Beispiel, wenn man jetzt in diesem Rennspiel den Boost benutzt, dann wird eine Variable abgelegt, dass der Boost eben benutzt wurde und vielleicht wie viele Sekunden oder wie lange auch immer das dann noch blockiert ist. Und das Programm kann auf den Arbeitsspeicher zugreifen und regelmäßig fragen, hey, darf der Spieler den Boost wieder benutzen? So ganz abstrakt gesagt. Und das Cheat Tool hat das dann eben verändert und gesagt, so ja, der Turbo ist wieder bereit. Oder genauso mit neuen Fahrern. Dann fragt das Spiel im Arbeitsspeicher, welche Fahrer sind verfügbar und hat das Cheat Tool die Daten verändert und so gegeben, alle Fahrer sind verfügbar. Und Sonys Argumentation war, dass selbst dieser Arbeitsspeicher unter das Urheberrecht als Ersteller fällt. Da kann man sich alles Mögliche vorstellen. Ja, dass man mehr Leben bekommt, dass eine Videosequenz übersprungen wird oder ein Level, dass ein gutes Ende freigeschaltet wird und so weiter. Und dem hat der Europäische Gerichtshof jetzt am Ende widersprochen. Sie sagen, Variablen in einem Programm sind keine geistige Schöpfung. Das fällt nicht unter das Urheberrecht, wie wir das verstehen. Ja, die werden vom Programm in diesem Moment angelegt. Sie genießen aber nicht den gleichen Schutz wie das Computerprogramm selbst oder selbst ein Kopierschutz davon. Interessant ist auch, dass die Intention in diesem Fall gar keine Rolle spielt in dieser Begründung, auch in der ganzen Diskussion, also ob zum Beispiel damit ermöglicht werden soll, ein Spiel raub zu kopieren oder zu vervielfältigen, sondern nur rein um diese technische Unterscheidung. Dabei fände ich persönlich, das ist auch für meine Leihensicht, die Intention gar nicht so unerheblich. Gerade wenn es sich dann um ein Singleplayer-Spiel dreht, wo das ja dann wirklich keine Auswirkungen auf irgendjemand anders hat und auch nicht auf den Verkaufserfolg des Spiels, was ja hier auch nicht mehr der Fall war. Die PSP und das Spiel sind ja schon seit Jahren nicht mehr relevant. Da ging es halt um eine Grundsatzfrage, auch von Sony, die halt ganz gerne mit so einem Urteil in Zukunft eine Handhabe haben wollen, um dagegen vorzugehen. Und es wird auch nicht verboten, das habe ich vorhin schon erwähnt, dass sie vielleicht in ihren Nutzerbestimmungen, gerade zu einem Online-Spiel, verbieten, solche Sheet-Software anzuwenden. Und wenn man damit erwischt wird, einen von dem Online-Service oder von der Teilnahme an dem Multiplayer-Spiel ausschließen können. Aber das Programm selber darf man halt in dieser Art und Weise nicht verbieten. Aber ganz schön fand ich hier eine Analogie, die auf dieser Seite hier stattfand. Das war Beck aktuell, heute im Recht, wo er gesagt würde, man kann Lesern auch nicht verbieten, im Buch nach hinten zu blättern. Und das ist genau der Unterschied, der auch hier ganz greifbar dargestellt wird. Man verändert nicht das Buch an sich, man verändert nicht das Spiel an sich und veröffentlicht das vielleicht sogar neu, sondern ich sitze als Kunde zu Hause, habe ein Computerprogramm oder ein Spiel und dann möchte mir der Verlag oder der Publisher verbieten, wie ich genau damit umgehe. Ob ich eben ein bisschen mehr Leben habe, ob ich den Arbeitsspeicher so behandle und dann den Booster benutzen kann. Ob ich eben in dem Buch einfach nach hinten blätter und lese, wer der Mörder ist. Das führt dann vielleicht dazu, dass das Buch mir nicht mehr so gut gefällt und dass ich mir selber den Spaß verderbe. Aber das ist ja meine freie Entscheidung. Witzigerweise ist das ja bei A Song of Ice and Fire von George R. R. Martin. Viele kennen das vielleicht eher unter dem Namen Game of Thrones. Also bei den Büchern gibt es durchaus so unter Fans ein bisschen Diskussionen über die späteren Bücher, weil sich da die Erzählweise etwas geändert hat. Und es gibt so eine Reading Order, so eine Lesereihenfolge, die ich persönlich auch besser finde, wo man die Reihenfolge der Artikel etwas anders macht. Auch hier ist die Analogie eigentlich ganz witzig, weil es ist ja nicht so, dass jemand diese Kapitel und die Bücher zerschnitten hat, neu zusammengeklebt und mir ein neues Buch verkauft hat. Und das ist einfach eine Liste im Internet, nach der ich mich richten kann. Und dann wird gesagt, nach Kapitel 17, liest einfach bei Kapitel 21 weiter und dann wieder zurück. Und das ist die genau richtige Analogie zu diesem Cheat-Programm, als würde dann der Verlag diese Webseite verbieten, die mir diese Anleitung gibt. Und das geht ja einfach zu weit. Das hat kein Publisher und kein Verlag hat ein Recht darauf, wie ich das Werk am Ende dann genieße oder auch nicht genieße, wie ich damit umgehe und was ich da persönlich mit mache. Das Urteil ist jetzt auch über die Spielebranche hinaus wichtig, zum Beispiel für die IT-Sicherheitsforschung oder für Sicherheitsprogramme, weil die oft auch darüber funktionieren, dass sie zwar das Grundprogramm nicht verändern, aber entweder analysieren oder verändern, was im Arbeitsspeicher stattfindet. Und wenn allein dieser Vorgang schon unter das Urheberrecht fallen würde, wären viele Sachen davon auch illegal oder zumindest in irgendeiner Art von Krautzone. Insgesamt auf jeden Fall ein kundenfreundliches und spielerfreundliches Urteil hier in diesem Fall. Und ich würde mir wünschen, dass in Zukunft noch mehr Beklagte den Mut aufbringen, sich gegen Publisher zu wehren an so einer Stelle und dass die Gerichte am Ende dann auch für uns als Spieler in einem kundenfreundlichen Sinne entscheiden. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen guten Einblick geben. Die Hintergründe und die Auswirkungen gut erklären und auch ein bisschen wirklich eine fundierte Einschätzung geben, die auf diesen Artikeln basiert, die natürlich wesentlich mehr Ahnung von der Materie haben. Deswegen unten verlinke ich das nochmal. Und wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, ein Kommentar und ein Abo da. Ihr kennt das, damit ihr unterstützt ja meine Arbeit, die ich in solche Videos stecke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei einem Let's Play, bei einem Infovideo oder was auch immer ich sonst hier so auf YouTube mache. Bis dann.